So, das Problem, das wir an der Flüchtlingspolitik nicht nehmen heute zu Litzenburg, das ist das, dass wir an einer Zeit leben, da das früher vielleicht nicht so gehen, dass wir verschiedene Leute, die aufgelehnt sind, die nicht das Statut kriegt haben, dass wir die nicht an die Länder können zurückschicken. Wir hören ganz viel Eko, inklusive, Herr Asselborn, aus dem Minister, den ihr feiert, von Beamten, die sich furchtbar darüber aufregen, dass ihre Meinung nach, und das wird schon nicht ganz unbegrenzt sein, nicht genug gemerkt, um keine Schleuzerbanden an anderen durchzugreifen und auch an anderen Brüchen, die ich nicht viel detaillieren kann. Aber wir haben ein Problem hier im Land, wo eine Regierung immer schenkt, comportementen für kriminelle Natur mitzutolerieren, wie das in anderen Ländern der Fall ist, und ich so nicht mehr als an die Ergung gesagt hat, die überhaupt nicht tolerieren. Das ist eben ein Unterschied zwischen ihrer Politik.